Ich möchte Sie heute einlernen, mich zu begleiten. Ich bin seit kurzem im Kreis Pinneberg wohnhaft und da ich sportlich sehr aktiv bin, suche ich nun einen neuen Sportverein. Dabei bin ich auf die Spielvereinigung Blau-Weiß 96 Schänefeld gestoßen. Mitten in Schänefeld, nahe Hamburg gelegen, ist die Spielvereinigung mit mehr als 3000 Mitgliedern ein respektabler Breitensportverein, der so gut wie jeden Bereich des Sports, den man sich vorstellen kann, abdeckt. Von A wie Akilo bis V wie Volleyball ist eigentlich alles dabei. Den Hauptsitz hat die Spielvereinigung am Schulzentrum Achterdeweiden. Dort ist nicht nur die Geschäftsstelle, die sich um alle Belangen der Mitglieder kümmert, so dass diese reibungslos im Sport nachgehen können gelegen, sondern auch die beiden größten Hallen und der große Rasenplatz mit zwei Kleinfeldern befinden sich dort. Zudem ist man durch die direkte Anbindung zur Schule immer nah am Geschehen und hat schon einige Kooperationen, wie zum Beispiel Nachmittagsangebote, schütteln lassen. Aber nicht nur hier, Achterdeweiden spätzt sich das alltägliche Leben ab. Da gibt es noch die Wurmkampalle an der Grundschule Altgemeinde, die Fußballfelder in der Blankenhäuser Chaussee oder in der Weichvoxstraße, sowie die Sporthalle an der Weichvoxschule. Sie sehen, Laura 96 ist in Schälefeld ein wichtiger Stammteil und allgegenwärtig, ob auf den Sportplätzen, wo Sport getrieben wird, oder sei es im öffentlichen Leben, wo Ergebnisse und tolle Erlebnisse vom Wochenende ausgetauscht werden oder sich zum gemeinsamen Sport verabredet wird. In den 18 Abteilungen und zahlreichen Kursen findet das Sportlerherz eigentlich alles, was es begehrt und kann sich komplett ausdrücken. Und in diese Abteilung möchte ich Ihnen nur einen kleinen Einblick geben, sodass Sie sehen können, wie viel Begeisterung und Leidenschaft hier Sport getrieben hat. Also, begleiten Sie mich auch mal. und dann, wie viel Begeisterung ist. und dann, wie viel Begeisterung ist. und dann, wie viel Begeisterung ist, Applaus 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 Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Ja! 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 Ja!